Gestern Nacht sind fünf meiner besten Sklaven im Flur. Ich will, dass ihr nichts geschieht, dass niemand Hand an sie legt. Dieses Recht gebührt mir. Entweder frei oder tot. Bin ich frei, sollten sie's auch sein. Harriet, weißt du, was mit dir passiert, wenn sie dich fangen? Freiheit oder tot. Harriet. Jetzt im Kino.